Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Hiedel. Und heute an diesem sonnigen, schönen, warmen Tag, wo natürlich an der Fassade gearbeitet wurde, was sonst, ja. Wir haben wunderschönes Fassadenwetter. Es regnet so gut wie kaum zurzeit und das kommt unserer Farbe natürlich sehr zugute. Eine geringe Luftfeuchtigkeit, kann also schön die Feuchtigkeit von der Farbe abgeben an die schöne, trockene, warme Luft. Ist für uns, wie gesagt, als Maler schon schön, ja. Darf nicht zu heiß sein im Sinne von, wenn wir Lackierarbeiten machen, aber wir haben Carport gestrichen. Und selbst der ist natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr gleichmäßig weggetrocknet, also alles cool. Kannst du machen, weil es einfach mal sonnengeschützt zum sehr großen Teil, vor allen Dingen so unterm Dach, es staut sich zwar auf die Hitze, aber hat eigentlich, ja, und sicher sehr, 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 sehr gut funktioniert. Kannst du also machen. Wir haben gerade 29 Grad und das klappt dann sehr gut. So, heute zum heutigen Thema. Ja, und da will ich mich, ich weiß nicht, mal gucken, wie lange die Folge wird, aber ich habe Bock drauf, weil man hört ab und zu mal, naja, muss ich mir erst mal ein YouTube-Video angucken oder muss ich erst mal ein YouTube-Video schauen, ja. Und dann habe ich mal so über den Tag lang mal so ein bisschen, ja, für mich so gedacht. Ja, das macht man ja öfter, man denkt ja sehr, sehr oft und das ist auch gut so, weil man denkt dann vielleicht mal so ein bisschen weiter und ein bisschen darüber hinaus. Und dann ist mir einfach mal, das ist recht simpel, aber dann ist mir mal so aufgefallen zu, was wird dann immer dieser Satz verwendet, ja. Wird es immer als Scherz gesagt, so, ich muss mir erst mal ein YouTube-Video angucken, ja. Wird es nur zum Scherz gesagt oder sind es vielleicht auch noch andere Dinge, wo ein YouTube-Video hin und wieder tatsächlich geholfen hat. Und deswegen geht es heute in dieser Folge darum, um diesen Satz, erst mal ein YouTube-Video schauen, erst mal ein YouTube-Video gucken, ja. Und ja, meine Eindrücke, die teile ich dir gerne mit. Und ansonsten, falls du dazu noch eine Meinung hast, ja, zu dem, was jetzt alles gleich gesagt wird, was ich vielleicht aus dem Affekt raus, weil mir noch was einfällt, was ich einfach hier so reinschmeiße, wirklich schreib es gerne in die Kommentare, nimm gerne an der Abstimmung unter diesem Podcast-Teil auf Spotify. Und ja, schreib mir gerne unter dem YouTube-Video gerne was da drunter. Deine Meinung interessiert mich immer wieder sehr. Ja, und es ist natürlich auch sehr, sehr vielseitig, weil wir einfach auch extrem viele Menschen sind und auch schon eine Menge Menschen, die diesen Podcast hören. Und da freue ich mich einfach, wenn du deine Meinung immer wieder in die Kommentare schreibst. Dankeschön, danke. So, einfach mal zum Thema. Und zwar, wann hört man sowas? Mir ist mal aufgefallen, diesen Satz, erst mal ein YouTube-Video schauen, ist mir aufgefallen, wenn es um das Thema Entertainment geht, also sich belustigen. Ja, da habe ich mir erst mal ein YouTube-Video angeguckt, so. Kann auch lustig gemeint sein, weil wenn du prokrastinierst zum Beispiel, also Dinge aufschiebst, ja, dann kannst du, habe ich zumindest schon oft gehört, aber du wolltest den Abwasch nicht machen oder so, dann hast du im Gespräch einfach gesagt, ja, dann muss ich mir erst mal ein YouTube-Video angucken. Also zum Beispiel hast du dir ein Katzen-Video oder irgendwas anderes angeguckt, einfach, damit die Zeit vergeht, damit du Entertainment hast und die Sache, die wichtig ist, eigentlich auf die lange Bank geschoben wird. Ja, egal wie wichtig du abverschwindest, bei uns im Haushalt fällt da auch immer wieder an und, ja, so ist es nun mal, wenn man auch keinen Geschirrspieler hat. So, dann natürlich fällt dieser Satz auch oft, wenn du einfach keine Ahnung hast von einer bestimmten Sache, musst du ja erst mal ein YouTube-Video schauen. Zum Beispiel, wenn du auf der Wissenssuche bist nach einem bestimmten Begriff, also dir ist am Tag, vielleicht bist du gerade in der Schule gewesen, das Wort Adhesion ist gefallen und du hast immer noch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht wurde es dir auch noch gar nicht erklärt und du hast es vielleicht auch noch gar nicht begriffen. Also guckst du vielleicht mal auf YouTube, weil du sehr ein visueller Typ bist zum Beispiel, ein visueller Lerntyp, gehst du eher auf YouTube aus dem Affekt heraus, einfach, weil du für dich unterbewusst schon weißt, ey, okay, ich lerne gerne durch Videos, ich gucke mir erst mal ein Video darüber an. Ja, ein anderer zum Beispiel, der googelt dann gerne. Das muss dann nicht unbedingt ein Video sein. Der googelt einfach gerne, guckt sich auch was auf Wikipedia oder was auch immer an, wird ja relativ schnell heutzutage angezeigt, wenn du eingibst, immer Punkt, 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 ja, also das Wort, zum Beispiel Adhesion und dann Definition. Immer wenn du Definition hinten eingibst, kommt eine richtig coole, meistens, eine richtig coole Kurzantwort von Google, die meistens auch dick geschrieben ist und dann wird es ja auch noch vorgelesen, weil der auditive Typ wie du jetzt zum Beispiel, falls du ein auditiver Typ bist, ansonsten würdest du, denke ich mal, nicht diesen Podcast anhören, kriegt es dann auch gleich nochmal vorgelesen. Total cool. Also ein total cooles Konzept an sich, wenn die Informationen immer so ganz stimmen. Und ja, das ist einfach so, wenn du keine Ahnung hast, du bist auf Wissenssuche, also du guckst dann zum Beispiel erstmal ein YouTube-Video, was vielleicht lustig gemeint sein kann, einfach mal aus dem Effekt daraus gesagt, aber das bringt dir halt auch echt eine Menge, falls du ein visueller Typ bist, guck dir ein YouTube-Video an von der Quelle, die zum Beispiel, wo du einfach weißt, die hat gute Referenzen, ich konnte dadurch schon was lernen, das stimmt auch, was derjenige sagt oder diejenige sagt, dann macht das natürlich durchaus Sinn. Wann wird dieser Satz noch verwendet? Na ja, zum Beispiel als Anleitung. Also wenn du eine Anleitung suchst, zum Beispiel, dir wird ein QR-Code angezeigt auf einem Fußboden-Designbelag zum Beispiel. Da ist ein QR-Code drauf, du den scannst ab und dann wirst du zum Beispiel auf YouTube, auf deren, vom Hersteller, deren YouTube-Seite weitergeleitet, wo die für dich eine kurze Anleitung in YouTube hochgeladen haben, wie du diesen Bodenbelag verlegst, was für Vorteile der hat, auf was du achten musst zum Beispiel. Also als Anleitung, aufbauen von einem Schrank zum Beispiel auch, hast du dann ein YouTube-Video, kannst du gucken und dann geht das Ding fünf Minuten maximal und dann weißt du, okay, ich mache das jetzt Step by Step, ich mache dann immer Pause zwischendurch. Total cool, kannst du echt für dich nutzen. Und die vierte Sache, die halt wirklich das Hauptaugenmerk von diesem Satz eigentlich geworden ist mittlerweile, zumindest was mir immer aufgefallen ist, ist, dass es als Scherz verwendet wird. Und deswegen mache ich eigentlich dieses YouTube-Video, äh, dieses YouTube-Video, diesen Podcast, diese Podcast-Folge genau hauptsächlich darum. Weil mir das aufgefallen ist, es wird oftmals scherzhaft gesagt, ja, meist auch von älteren Leuten, die halt nicht so mit YouTube zum Beispiel groß geworden sind oder was auch immer, ja, die einfach diese positiven Erfahrungen vielleicht von YouTube noch gar nicht gesammelt haben. Das ist jetzt, wie gesagt, auch keine Werbung für YouTube oder so, das kannst du auch was anderes nehmen, ja, da gibt es auch Vimeo oder was auch immer, ja. Dann kannst du alles, was so irgendwie Videos, ja, hochstellt mit wissenswerten Sachen. Also wird das oft als Scherz gemeint, generalisiert, ja, also, ähm, du sagst zum Beispiel, ja, du musst erst mal ein YouTube-Video gucken oder, ja, irgendwie so. Ähm, weil du das als Scherz meinst, weil du davon ausgehst, du kannst über YouTube sowas nicht lernen. So, und das hat ja zwei Gesichter. Einmal würde ich sagen, ja, okay, du lernst nicht sofort was nur durch YouTube, sondern du musst es auch umsetzen. Du musst es für dich zum Beispiel auch nochmal aufschreiben oder du musst es direkt danach machen. Dann hat YouTube dir eventuell was beigebracht beziehungsweise hast du über YouTube etwas beigebracht bekommen von jemandem, der geilen Content erstellt hat zum Beispiel, ja. Der seinen Mehrwert einfach hinaus schreit, hinaus gibt in die Welt kostenlos. YouTube ist ja kostenlos. Ähm, und dir das einfach zur Verfügung stellt. Du musst dann halt für dich gucken, kann ich damit was anfangen? Funktioniert das wirklich? Und, ähm, wie kann ich vielleicht noch besser werden in der Sache? Und, äh, gibt es dann dementsprechend Kommentare, Likes oder was auch immer, ja. Ähm, ich schweife nicht zu sehr davon ab. Es ist eine, es ist meistens generalisierend. Generalisierend bedeutet, äh, es ist generell immer und überall so. Also, wenn du davon ausgehst, äh, ich kann durch ein YouTube-Video nichts lernen, dann sagst du auch in die Welt hinaus, ja, ähm, durch Videos kannst du gar nichts lernen. Ja, ja, und genau das hat eben diese zwei Gesichter. Zum einen, doch, du kannst schon was lernen, weil wenn es nur um Begrifflichkeiten geht und du hast eine geile Erklärung oder was auch immer, dann hast du durch dieses YouTube-Video auf jeden Fall was gelernt, wenn es emotional wird, wenn du es logisch findest, ja. Und dann nochmal so ein bisschen anwendest. Und wenn es eben was Praktisches ist, dann hast du die andere Seite der Medaille. Du musst es dann natürlich von diesem YouTube-Video gleich umsetzen. Siehe, Aufbauanleitung, Schrank. Ja, du lernst nicht, wie du einen Schrank aufbaust, nur dass du das Video guckst, sondern du baust am besten separat, wenn, äh, Start-Stop, ja, äh, wie du diesen Schrank aufbaust und dann hast du es gelernt. Zum Teil durch YouTube, zum Teil durch Selbermachen. Kinästhetisches Lernen, ja. Ähm, und da würde ich jetzt einfach mal als Fazit sagen, okay, nutze YouTube und Co., aber achte auf die Quelle, ja. Ja, ist sie zuverlässig, was ich schon gesagt habe, kannst du der Quelle vertrauen, hast du, hast du schon gute Erfahrungen durch die Quelle gemacht, Quelle meine ich immer diesen Kanal zum Beispiel, hast du gute Erfahrungen gesammelt, kannst du das weiterempfehlen, würdest du es weiterempfehlen, wenn du es weiterempfehlst oder weiterempfehlen würdest, dann hast du für dich schon diese doppelte Haken, einen doppelten Haken dran gemacht, okay, dem vertraue ich, der vertraue ich, ähm, ja, das ist meine Nummer 1 Quelle, wo ich, äh, das Wissen aus dem und dem Bereich herhole, zum Beispiel, ja. Deshalb nutze YouTube-Weise und, ähm, ja, verwende das vielleicht nicht nur als Witzchen, ja, sondern nimm die Sache ein bisschen ernster und steh zu deiner Meinung, vor allen Dingen. Ja, mit diesen Worten möchte ich jetzt einfach auch diese Folge schließen und freue mich natürlich auf die nächste Folge. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen und, ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao, wünsche dir eine schöne Woche.